Guten Abend miteinander. Heute möchten wir Ihnen zeigen, was GOP alles unternimmt, um die Qualität der Produkte verbessern zu können. Zum Beispiel bei den Midi-Gemüsekonserven. Hier wird schon gut vorgesorgt, bevor das Gemüse anfängt zu wachsen. Wie kann man aber schon vor dem Sehen die Qualität des Gemüses verbessern? Ganz einfach, indem man auf die Qualität des Bodens achtet. Es ist ja logisch, eine Pflanze kann nur so viel aus dem Boden nehmen, wie dieser Boden auch geben kann. Darum sorgen erfahrene Landwirte im Auftrag von GOP den fachgerechten Anbau auf Gemüsefeldern, wie wir das hier gerade sehen. Damit das Gemüse garantiert gesund ist, wird der Gehalt des Bodens laufend von Spezialisten geprüft. So kommt nur Gemüse von aller bester Qualität direkt vom Feld in die Produktion. Also, ernten frisch in die Midi-Dose. Jetzt ist bei GOP gerade eine Grossaktion, wo Sie sechs verschiedene Gemüsekonserven zu unschlagbaren Preisen bekommen. Zum Beispiel mit die Bohnen, die feinen, feine Erbschen, oder fix fertige Berner Röste mit Schinken. Alles mit Qualitätsprodukten. Wissen Sie jetzt, wie Qualitätsmarken für Gemüsekonserven bei GOP heisst? Dann schreiben Sie es auf eine Postkarte an. COOP Mittwochstudio, Postfach, 4091 Basel. Sie nehmen so am Oktoberwettbewerb teil, wo haushaltiges Geld im Gesamtwert von 10'000 Franken zu gewinnen ist. Einsendeschluss ist der 30. Oktober. Auf Wiedersehen miteinander am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Und vergessen Sie die Aktionen nicht, die jetzt gerade kommen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei COOP eine Rolle Biscuit Chocoli Ulve statt 2.15 Uhr nur 1.50 Uhr, 1 Liter COOP Citro statt 70 Rappen nur 50 Rappen plus Depot, 1 Tauben an 265 Gramm Mayonnaise Big statt 1.60 Uhr nur 1.30 Uhr und 2 Tauben an 200 Gramm Tafelsenf Big Mild statt 1.50 Uhr nur 1.20 Uhr. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag finden Sie bei COOP 500 Gramm Spaghetti Napoli aus reinem Hartweizengris statt 1.30 für 85 Rappen. Und der aktuelle Preisschlager sind die Herrensocken Uni 2 bar für nur 4.90 Franken. Alle diese Angebote gibt es ab morgen in allen 1.400 COOP Läden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ahmed гарn investiert